Applaus 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 und das die Einrichtung. Danke, dass die Künstler in der Stadt und die Stadt über drei Stunden aussehen. Natürlich ganz oben auch der Berlin-Nasjahr. Hier nochmal das Bild der Plündigen, die wir auch hier in der Gäste sehen, da genau mit der mögliche. Der Oberwanderer Volker Strissig wird der Stadt vor sein. Hier im Oberwanderer Volker Strissig bei seiner Plündungswirt ist die Beannahme nach 24 Stunden der Flucht noch ausgerufen wird. Sein Name ist das Teil des Lebens, die wir über die Stunde haben. Da heißt es hier, feuerfreie Flüge 20 Stunden. Nur in jedem Bus. Arohänge der Kamerabahn, rechts sein Lakenkollege. Die drei Arohänge des westlichen AG-Teams. Wie hier Raffaele Marcello, das Super-Kauf-Racing-Team. Und dann blieben die beiden Italiener Schwass der Ab-Motorsport-Lammovie. Gefahren von Marco Maltelli. Und dann der Wicker, der Liebläger, gleich schert das Auto aus. Es ist grün, es geht los! Es geht halt in die grünen Hölle. 24 und 20 Stunden Motorsport. Es spritzt zur ersten Enke. Wer gewinnt, ich schaffe jetzt den Radius. die Gründer Rufel. Die Gründer Rufel. Der plan ist richtig in die grünen Hölle. Es steht für zwei Stunden, die Rufel. Und dann wird es festcellen, der Gäste des Autos. Die Gründer Rufel Frankfurt. die Meerwegung, die Meerwegung, die Meerwegung, das 2 und 7 Sieg, unterwegs. Wir kennen auch die Lippenracht-Stromschicht, auch die Landschaft, da geht auch der Staub hoch, alles gut, alles nur so ein bisschen, ja, insgesamt, mehr hochgeführt wird, alles gut, tolle Flucht, aber nichts kritisches. Auch hier jetzt Trennen freigegeben, auch hier in der Startgruppe, es war bei 24 Stunden Rundleiten. . . . . Rotterdam Vielen Dank. 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 Vielen Dank.